...und ist gut. Das sind die Spiele im Jahrhundert. Dafür soll Karl Eierkaufer sorgen, Jürgen Mais, alter Sportarit aus dem Jahrhundert. Eierkaufer ist 1966 bei der EM in Budapest repräsentant. Der Kärr, Jürgen Hase, der neue Kürze, hat er über 10.000 Meter aus dem Jahrhundert und er ist im nächsten Mal auf Puma statt Anlass. Eierkaufer überredet Jürgen Mais, seinem Mannschaftsgeberaden Hase ein Angebot zu unterbreiten. 500 Dollar, wenn Hase am nächsten Mal in Puma antritt. Und er hat ihm das Geld da gelassen. Und er hat da wohl ein paar Jahrehundert. Was kaum jemand weiß, die DDR hat damals mit den Puma-Konferanten Adidas einen Exklusivvertrag. Deshalb tragen auch die meisten ostdeutschen Spitzensportler bis zum Ende der DDR aufschlussend Adidas. Ein sozialistisches Land, das einen Exklusivvertrag mit einer Marke aus dem kapitalistischen Westen beschlossen hat, das ging für einen Westsportler zu verrückt, um wahr zu sein. Wir wurden ja nur gekämpft, oder DDR und Anerkennung eigentlich über was zu sagen hatten. Durch jede Menschen, die im besten Sinne und waren schon erstaunt, die man dann mit einem solchen wirtschaftlichen Regime-Gegner einen kennengelernt haben hat. Das ist noch nicht.